Unter Netflix haben einen gemeinsamen Kurzfilmwettbewerb gestartet, der sich speziell an junge Filmemacher südlich der Sahara richtet. African Folk Tales Reimagined lautet das Motto, afrikanische Märchen neu erzählt. Dabei geht es nicht nur darum, Talente zu fordern, sondern auch die Traditionen zu wahren. Wir haben eineinhalb Jahre lang den Verlust kultureller Veranstaltungen erlebt, was uns zeigt, dass es dringend notwendig ist, an die Überlieferung zu denken, weil wir sonst Gefahr laufen, bestimmte Traditionen völlig zu verlieren, die für die jüngeren Generationen von grundlegender Bedeutung sind, damit sie sie in ihr Leben aufnehmen können. Die Sieger erhalten 75.000 Dollar, um ihr Projekt umzusetzen. Die Kurzfilme sollen 2022 auf Netflix ausgestrahlt werden. Wir möchten, dass junge Talente traditionelle Geschichten suchen, die sie wirklich lieben oder von denen sie glauben, dass sie eine wichtige Botschaft enthalten, die sie auf ihr Leben und ihre Welt anwenden können und dass sie diese in einen Kurzfilm umwandeln. Imagine that into a short film. The language of who we are. Junge Filme machen...